Cooler aus. Halt's mal. Hey! Yo, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Paladins. Ich hab vergessen, warum damit zu drücken. Ja, das war mir schon klar. Der Anfang mit dem lustig-lustig-tralalala ist übrigens mit drin. Mit dabei ist Klein Evo. Der nicht Hallo sagen will. Okay. Das sieht er nicht. Ein, Leute, uns... Tu ich auch nicht. Ach, wie auch immer. Ich hab ihn vergessen. Immer k-k-k-k. Ich möchte bitte, dass du einen einfacheren Namen demnächst hast. Danke! Hey, ich hab 200 Diamanten. Mach ich ihn nicht. Hey, Leute, ich hab' vergessen, die Aufnahmen zu starten. Dass der das aber auch jedes Mal verkackt, ne? Ja! Aber jedes Mal. Ich kann gehen jetzt überhaupt nicht. Ich sag's so, wie es ist. Ja, und Zivi kann auch Viktor nicht. Ich hab' den mal vor einer Ewigkeit gespielt, wo sie in der Rotation drin war. Rigg! 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 Der hat keine Hobbys, der Typ. Definitiv nicht. Doch seitdem er nur noch F ist, kann man mit ihm jedem Scheiß anrichten. Ich muss mal schnell... Da ist er, guck. So kann möglich sein. Ach, die Map ist das, okay. Da hab ich mir überhaupt eine Legendäre Karte. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keinen Fall. Ecke ist... Das ist der Prime Blood. Das ist der Prime Blood. Ich red' gerade überhaupt nicht. Nein! Ja! Ich hab' keinen Fall. Es ist übrigens witzig, dass keiner auf den Punkt von uns steht. Ich muss mich gerade um die, die, die... Ich stehe! Ich hab' keine Skills, die ist ne Sniperin. Du stellst dich hin, Sniper und knallst die Gegner ab, schmeißt ein paar Minen auf den Spot und mehr machst du nicht. Kann jemand bitte um die kleine Hure kümmern? Hat er nicht gesagt. Oder was? Ja, die Maeve. Ja, dann sag doch den Namen. Das hilft ungemein. Nee, für ihn sind das jetzt alles kleine Huren oder so. Wer weiß das schon. Erledigt. Scheiße auf die... Scheiße auf die richtigen Namen. Das sind jetzt alles... Was war ein Terminister, wo sie waren? Sind jetzt alles für ihn... Die Spielernamen sind ihm alle egal. Die Charakternamen sind ihm alle egal. Alles Noten. Ja. Alles Schlampen außer Mutti. Hallo. Ja genau. Genau die ganzen Damage, die Tue, die... Ah, mein Kind. Da hab' ich mit drauf geschossen. Ja, 6-1. Wow, so gut war ich noch nie mit Sniper. 6-1. Schnippe! Schnippe! Das hab' ich übrigens in irgendeiner Runde als Achieve mitgekriegt. Ey, probier! Probier den Fall. Drücken 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 drücken. Ziel eingenommen. Ziel eingenommen. Wooo! Steven freut sich! Kleine Evo, du schaffst es, dass ich dich immer mehr hasse. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, ich glaub ich kann dich sogar bannen als Member. Muss ich mal gucken. Wir müssen dich nicht ernsthaft bannen. Ja, jetzt nicht. Jetzt doch nicht in der Aufnahme, also bitte. So Arschloch ist er dann auch. Die kann zwar Arschloch sein, aber so Arschloch dann auch nicht. Äh, ich könnte zu Arschloch sein, aber nicht in der Früh morgen erst recht mit nü- Mit leerem Magen. Ich muss gleich mal irgendwann mal was fordern, sonst geht mir mein Kreislauf gleich irgendwann mal da. Äh, ich müsste auch einmal Wäsche aufhängen und- Ich müsste erstmal Wäsche in die Waschmaschine schmeißen. Ich will reden von Wäsche und er so, ich mag bla bla bla. Wow! Zack! Jawoll! Und weg ist er! Weg ist er! Scheiße! Ich drücke immer den falschen Knopf, wenn ich mich weg teleportieren will. Tja! Genauso wie, dass du jedes Mal die Aufnahme verkackst. Ja, das ist es so! Ich bin hier! Bitches! So! Ey, ich bin aber auch was am Hut mit dir. Ich habe keinen mehr im Blick! Ah! Also wenn du mit der Ramina kommst, ist Lobo, bin ich das saugeil. Ich bin übrigens fast down! Ich, I need help! Oh scheiße! Hab ich jetzt nichts getroffen. Okay. Keiner wollte mich heilen, also war ich zu groß. Aber wenn ich mit der Maus selber arbeiten muss, muss ich scheiße. Und es ist so langsam. Komm schau! Wir haben es kurz, kurz... kurz... Ich habe Ultron, die Seg. Und es ist keiner da, der nicht abschießen kann. Ach komm doch, was los! Wieso kriegt denn jetzt keiner mehr den Scheiß da weggeschoben? Ich bekomme jetzt nicht. Ich bekomme mich aber frei. Opa, du musst jetzt bei Sky bitte Opa. Ich muss jetzt Sky Opa. Ich komme ja gleich essen. Okay. Hau nicht weg. So. Weiter geht's. Herminus lebt noch, aber er lebt aber nicht auf dem Spot. Schieben fehlgeschlagen. Hat man mich eigentlich jetzt gerade ring gehört? Ja, dass du, dass du gleich essen gehst. Ja. Das ist die Lieblingsbeschäftigung vom Stevie. Glaub ich dir gerne. Oh, ich soll jetzt mal aufhören mit dem Spiel da rein. Amy ist jetzt mit dem CS oben. Ja. Go, 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 attack. No. No. Capture Point spawning in 15 seconds. 15 seconds. No. No. Leave me up. Oh, what's so? Oh yeah! thực exactamente. Aw yeah! Was davon appointed scheitert... Fahrer boll! Es, wer weiß, vielleicht steht das da sogar für seinen Namen, irgendwie. Der wusste nicht mehr, wie man Fuck schreibt, also hat er einen anderen Buchstaben benutzt. Was hat der Hatchel? Ich hab grad Soundbug, scheiße. Oh, heu doch. Ich bin zu uns. Jetzt ist er weg. Wer weiß, was du für'n Soundbug hattest. Naja, wahrscheinlich hat er gerade außerdem den Porno gestartet, den er in die Hand hat. Ja, weil ja alles, weil ja alles für ihn nur um Fuck geht. Jaja, sag ich doch. Deswegen passt das ja. Ja genau, komm schon. Ey, was ist los? Haha! Das war schön, der geht immer echt gut. Ich hab dich im Visier, Drogos. Drogos? Drogos. 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 Tot. Drogos. Drogos. Was für Drogen? Das sind Drogos. Das ist du alter Frankfurter wieder. Frankfurter? Ich komm nicht mehr aus Frankfurt. Ich war noch nie, noch nicht mal jemals in Frankfurt. Drogos. 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 Wie wenig sich hier auf dem Mifo um mich kümmert. Das ist mein Birthright. Da ist ja, da ist die Mifo. Gerade wo man von Teufel spricht. Haha! Ich bin wieder hier Bitches. deen Sekunden ist sie wieder da. Keine Sorge für Stein. Doch ich dann schal-sauber weg. Ich bin weggerannt. Das war aber dem Gegner egal. Na gut, wenn er von oben kommt, keine Wunde. Ja und dann hat er dich gesnacklich� Marco. Ja der hat so Hunger auf mich. Bei dir ist ja genug zum Essen dran. Das ist sehr fetzig vielleicht, aber okay Ich kann irgendwer jetzt Wogos killen, der hat drei Leben gefühlt Es working, es working Äh, Refugio Nein, nein, nein Holt die Amis Jetzt kann es doch nicht wieder darauf hinauslaufen, dass es wieder immer nur unentschieden bis jetzt wird, oder? Oh Mann, das ist nervig Ja, dann mach mal richtig Ja, mach du doch mal erst mal richtig hier Ja, ich spiel hier nur Fun-Charaktere, ich bitte dich Fun-Charaktere Was soll ich für los spielen? Ich treff gar nichts Treff nie mal den scheiß Torwart, während er den Schilder anhat Aber den Dwarfus tötte ich, der gerade hinter dem Dump fliegt Warte mal, jetzt mal jemand zu dem Ding da hinlatschen Boah, als ich den noch tot bekommen hat, grenzt fast an den Wunder Schon wieder schieben, fehlgeschlagen Jetzt benutzt er ernsthaft seine Ulti abfuhr Ein dummer Vollidiot ist er Der wollte die drei Kills haben Tja, also meine Ulti habe ich extra aufgespart, weil ich mir dachte so, nee, das ist jetzt ein bisschen bescheuert Bei mir ist eh wurscht, wenn ich Ult verwende, weil ich treffe sowieso nichts Wer spielt denn in der Mitte mit Flinkheit? Spielt da jemand mit Flinkheit? Ja, also Flinkheit ist nicht schlecht Das hatte ich schon in der vorigen Runde sogar drin gehabt Der Terminus braucht irgendwie der Scheiße langsam Nein, braucht der nicht, der braucht nur den Moralschub Dem ist das scheißegal Wenn du auf den drauf schießt, dann macht er den Schild, knallt ein, zwei Leute ab, hat seine Ult voll und dann killt der mit der Ult drei Leute Ja, wenn du einfach wehr Das ist voll easy Ja, also du hast so, wie hilft dir auf den Supporter, der nicht teilt, sondern der mit steht Das ist scheißegal Das ist bei Terminus voll egal Also Terminus ist so unabhängig von den Supportern, das gibt es gar nicht Dann spiele ich ihn, glaube ich, falsch So wie eigentlich jeden Char Wie soll ich da jeden Char? Ey, du musst überlegen Wir sind, wir sind alle, wir, 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 wir beide spielen schlecht Evo ist der Einzige, der, äh, 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 gut genug ist Ja, voll stimmt, voll stimmt, aaaah Wir beide sind, äh, wir beide spielen schlecht, ist halt scheinbar so Wir können keinen Charakter, nur er kann alle Ja, ne Ja, nicht alle, er kann keinen, er hat mal gesagt, er kann in Ding nicht, wird er gehasst in, 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 mir fällt schon wieder der Scheißneimer nicht ein Ey, mir fällt schon wieder der Scheißneimer nicht ein Ja Ja Ach ist doch, äh, 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 war das nicht so, alle deine, alle Charaktere sind bei dir nur Huren? Ja Also passt doch Wir haben das Ziel verloren Yo Fäße, mi Schaffte es die Aufnahme nicht immer gut hinzukriegen, drückt die falsche Tasten Ich bin tot Dein Evo macht wieder nur Schwachsinn So wie immer Ja Und anders kann er ja nicht Warum? Warum? Gegen Eistort Ich weiß gar nicht, was du willst Weg mit dem, äh, mit dem Ding Ganz ehrlich, jetzt gehen zwei Leute ernsthaft auf mich hoch Weißer Nur wieder falscher Knopf, Scheiße Och, drück doch mal den richtigen, oder weißt Änder doch die Tasten-Kombination, dann passt das mal Nee, nee, nee Nee, das ist für mich bei den anderen Charaktere, drück ich immer den richtigen Knopf durch Wirf immer die Landmühle anstatt, bis sie den Teleporter singen und umgekehrt Bis sie nur bei ihr sind, wäre es auch nicht so Ja dann Weil ich hab, ich hab, ich hab Ja sogar extra für Viktor eine Taste umge-, äh, umgesetzt Ja, auf Shift wahrscheinlich Ja, das Sprinten, richtig, weil ich das durch OW kenne beim Dingens, richtig Äh, in jedem Spiel ist Shift eigentlich Rennen, ey Aber hier nicht irgendwie Nee, ich weiß noch, wo ich früher Minecraft gespielt hab, da war es auf zweimal W Äh, ja, ist es an sich immer noch Ähm Weil ich, weil ich hab damals, wo ich noch 10 war, hab ich immer, hab ich gerne Minecraft gespielt Und damals, da kann ich mich noch erinnern, das war es zweimal auf der EU Ich hab mich mitten in die Gegner reingestellt, den, 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 den ist das scheißegal, so wie es aussieht Die, den Meve und ich sehe auch ihre Messer, da oben ist sie Vergiss es, du wirst dich nicht aufheilen Ja, vor allem, weil wir zu zweit auf den drauf geschossen haben Ich bin tot Ich hab bei Minecraft die Sprint-Taste immer noch ganz normal auf STRG gelassen Weil die Shift-Taste ist für mich das Sneaken oder bleibt das so Geister Das Steil, ein paar Arme Nichts Wer noch was hat denn gebrochen? So Da was er Wie soll ich da wieder noch slide? Die Ulti war sowas in sich total unnötig gemacht, aber passt schon Könnte ich jetzt mal danken, die 0 Sekunden standen ganz schön lange da. Dass die kurz zu am Gewinn sind, ist euch safe, oder? Shit. Wir machen ein bisschen Nachladen. Und wie lange dauert es noch? Wie weit sind sie kurz am Ziel? Und durch! Scheiße! Weil der Drawer nicht auf den Spot gegangen ist. Amphidammt! Hast du dein bester Damage gewonnen, oder ich? Das will mich wundern. Ist es euch auch verpackt? Ist es euch auch verpackt? War auch verpackt. War cool. Oh, ich steck sogar mit dem Highlight drin, wo er mich gekillt hat. Das war schön, das... Das war echt schön. Muss man ihm lassen, dann hat er gut gemacht. Weil er mich gekillt hat, oder was? Weißt du, Damage hat sich kein Schaden. Zu gut war ich ein Sniper. Ja, werden die meisten Flankenkills. Ich hab trotzdem, ich hab die meisten Kills vom Team. Mann, ich bin Viech. Was? Ich hab die meisten Eliminierungen. Aber ich hab die meisten Kills. Solo-Kills, ja, ja. Na Kills, nicht Solo-Kills. Hä? Ach so. Ja, die sind scheißegal. Okay, aber ich hab zehn Solo-Kills, muss man sagen. Das sind ja auch die meisten. Ja, ich hab acht. Ich hab nur die zweiten meisten. Und 15. 15 Todesstöße. Habt ihr alles besprochen? Ja. Denn, Leute, ich würde dann jetzt auch mal sagen, das war's dann noch schon wieder mit unserer kleinen, feinen Runde. Der Link zu dem einen ist natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung, wenn's euch so weit gefallen hat. Lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Ciao, ciao. Ciao.